Diese Nachricht wurde gerade eben vor 30 Minuten veröffentlicht und ist schon in jedermanns Munde. Es ist jetzt tatsächlich bekannt geworden, dass diese Ampelkoalition gescheitert ist. Sie ist sozusagen beendet und es wird schon demnächst zu Neuwahlen kommen. Und diese Information, die denkt sich nicht irgendjemand aus, sondern die wurde jetzt von einem Insider, der bei diesen Haushaltsverhandlungen, die ja jetzt über die letzten Wochen stattgefunden haben, beteiligt ist und er hat sozusagen die internen Informationen dieser Verhandlungen an die Presse weitergegeben und das ergibt eben dieses schockierende Ergebnis, welches wir jetzt hier lesen können. Es wird keinen Haushalt mehr geben, FDP-Politiker erwartet Ampel aus. Und wir werden, wie gesagt, gleich auf die Details eingehen, woran es denn überhaupt gescheitert ist. Und ja, ich sage mal so, es ist wirklich kurios, dass man da keine Einigung finden konnte. Und wir werden natürlich auch Reaktionen uns anschauen, zum Beispiel von Alice Weidel etc. So, der Artikel beginnt schon damit, dass eben kurz beschrieben wird, dass die Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2025 stattfinden. Und wie Ihnen ja sicherlich bekannt sein durfte, war eigentlich der Haushalt für Anfang Juli schon geplant, dass dieser verkündet wird. Daraus wurde aber nichts und es wurde dann der 17. Juli angepeilt, dass man bis zu diesem Datum eine Einigung hat. Aber daran scheitert es jetzt ebenfalls und nun steht der 24. Juli im Raum. Aber, wie gesagt, das Ganze wird nicht klappen. Es ist das Ende der Ampel besiegelt. Und der Grund dafür, und jetzt wird es ganz kurios, ist Hubertus Heil, also der Sozialminister der deutschen Regierung. Und der ist augenscheinlich zu keinerlei Kompromissen bereit. Und mich wundert das ehrlich gesagt nicht, weil er hat schon vor einiger Zeit ein interessantes, ja ich sag mal, Gespräch bzw. Interview vor der Presse gegeben. Und dort hat er schon ganz klar gemacht, dass er zu keinerlei Kompromissen bereit sein wird. Es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2012, was klare Ansprüche hat an ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das Bürgergeld ist nicht mehr und nicht weniger als das soziale und kulturelle Existenzminimum. Also er beruft sich sozusagen aufs Grundrecht und sagt, das Bürgergeld ist das Existenzminimum und ich möchte davon nicht abrücken. Natürlich sagt das Grundrecht überhaupt nichts darüber aus, warum denn Flüchtlinge, die noch nie einen Cent ins deutsche Sozialsystem eingezahlt haben, Anspruch auf Bürgergeld haben. Das verschweigt es sozusagen hier mal wieder schön. Und das ist eben auch der Grund, warum er ja wie gesagt nicht von seinen Forderungen des Haushaltes ablässt und viel mehr Geld fordert, als letztendlich ihn Christian Lindner zubilligen will. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, diese Ampelkoalition findet keine Lösung für den Haushalt, aber warum ist das gleich das Ende dieser Koalition? Und der Grund ist ganz einfach, dass Christian Lindner schon vor einigen Tagen in einem Interview gesagt hat, das kann man sich auch nochmal ansehen, wenn man will, auf YouTube, dass eben ohne einen vernünftigen Haushalt es keinerlei Weiterbestehen dieser Ampelkoalition geben wird. Und genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. Und auch schon über die letzten Wochen haben wir immer wieder diese grün-linken Politiker gehört, die gesagt haben, wir müssen mehr den Sozialstaat ausbauen, es muss mehr Geld für Soziales ausgegeben werden. Dass das natürlich totaler Wahnsinn ist, sehen wir hier in dem geplanten Haushalt für 2023. Der soziale Teil, also Arbeit und Soziales, eben der Teil, wofür Hubertus Heil verantwortlich ist und wo er für keinerlei Kompromisse bereit ist. Der verschlingt schon mit Abstand den größten Posten im Haushalt und als zweiter Posten folgt dann die Verteidigung da, wo das Geld sozusagen in die Ukraine geblasen wird. Das ist aber ein anderes Thema und da möchte ich mich jetzt nicht echauffieren. Letztendlich muss man aber sagen, es wäre im Grunde so einfach Geld zu sparen, wenn man einfach ein bisschen von seinen ideologischen, ich sag mal, Gesichtspunkten abweicht. Und genau das hat auch Alice Weidler in einer flammenden Rede im Bundestag deutlich gemacht. Wir hören mal ganz kurz rein. Der Weg aus der Krise führt über die Rückkehr zu Vernunft. Stoppen Sie die Massenmigration, indem Sie die Grenzen schließen und Einwanderungsmagneten wie Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Passverramschung und Aufenthalt für alle abschalten. Das ist der erste Punkt. Natürlich kann man eben bei der Zuwanderung sparen. Meiner Meinung nach wäre das Bürgergeldproblem sofort gelöst, wenn man jeden, der nach Deutschland einwandert, davor überprüft, ob er eben in der Lage ist, für sich selber zu sorgen, ob er einen Arbeitsplatz in Deutschland hat. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann darf er nicht einwandern. Einwandern und bei Flüchtlingen ist es so, dass sie nicht Bürgergeld bekommen, sondern sofort in Arbeit gebracht werden. Und schon wären viele, viele Milliarden Euro verfügbar, womit man das Haushaltsproblem lösen könnte. Es ist so einfach genau und der Grund auch, warum wir diesen Haushaltsstreit haben und dieses, ja ich sag mal, das ganze Geld fehlt, ist ganz einfach, dass mit ideologischen Projekten, die Milliardenbeträge verschlingen, letztendlich der Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist. Wir haben ein Ausgabeproblem und kein Einnahmeproblem, wie Alice Weidel hier nochmal so schön deutlich gemacht hat. Und genau der Grund dafür ist diese ideologische Politik von den Grünen, aber wie wir jetzt auch gesehen haben, von Hubertus Heil und den anderen SPD-Politikern. Und diese Sensationsmeldung wurde auch von Julian Reichel geteilt, der schrieb letztendlich Breaking News, führende FDP-Politiker rechnen damit, dass die Ampelkoalition am Haushaltsstreit um die Schuldenbremse zerbrechen wird. Also was ich Ihnen ja gerade eben schon gesagt habe. Und die Kommentare hierzu finde ich auch äußerst interessant. Also es gibt auch zahlreiche kritische Stimmen, die sagen, erst mal abwarten für den Platz am Trog, wird die FDP schon eine Lösung finden. Da kommt noch irgendein fauler Kompromiss und alle haben sich wieder lieb, wie immer. Also hier wird deutlich gemacht, dass die Politiker zu ihrem eigenen Vorteil ja immer eine Lösung finden, weil sie möchten natürlich auch nicht auf ihre köstlichen Diäten verzichten. Was ist denn Ihre Meinung? Ist diese, ich sag mal, Eilmeldung dieses Insiders, ist die korrekt und wird die Ampel schon in den nächsten Tagen zerbrechen? Oder wird man irgendwie nochmal eine Scheinlösung zustande bringen, wodurch die Politiker in der Lage sind, ihre köstlichen Diäten zu sichern? Schreiben Sie es in die Kommentarbox. Vielen Dank und bis bald.